Guten Morgen! Guten Morgen! Nicht nur Erfurt ist echt super schön, sondern auch die Umgebung. Und deswegen fahren wir jetzt ins Thüringer Schiefergebirge. Kommst du mit? Na klar! Cool! Schmeckt nicht, hol mir eine richtige lieber. An unsere Freunde aus Nürnberg, das ist eine Bratwurst. Wir sind jetzt in Saalfeld an den Feengrotten. Das ist eine riesige Tropfsteinhülle. Und da gehen wir jetzt gleich rein. Und gucken mal, ob wir eine Fee finden. Ich hab schon eine. Das geht's! Das geht's! Das geht's! Ich weiß nicht, jetzt stehen wir am Wasser. Na, wen hast du denn da gefunden? Mein neuer Freund. Echt? Ja. Guck mal, der hat so schöne blaue Augen. Hast du so blaue Augen? Na, jetzt schon. Toll. Das ist süß, oder? Ja. Ja. Meinst du, das kriegst du hin? Ich weiß nicht. Das ist mir zu kompliziert hier. Sag mal. Was denn? Das ist für Kinder, das wirst du ja wohl noch hinkriegen. Fertig. Nein. Wir haben es geschafft. Wir hatten eine halbe Stunde die Kamera raus. Wir haben uns mehrfach geschritten, aber wir haben es geschafft. Ja. Also wir fahren jetzt definitiv auch getrennt nach Hause. Ja. Aber das Puzzle ist fertig. Und ich hatte recht. Na, nee. Mal sowas von überhaupt nicht. Schmerzt mal nicht so. Nehmen wir das kleine. Nehmen wir das mit. Das kleine? Guck mal. Da sind ja noch gar nicht genug dran. Oh. Die sind so süß. Komm Basti. So ein kleines Schaf. Und dann? Wie und dann? Dann stellen wir das an die Mosel, in den Garten, in die Wiese. Ja. Okay. Das funktioniert. Ich hab das mal geklärt. Ja, haben wir es? Nahti, nahti.